... Wasser, also schnell rein in den Neoprenanzug. Ich bin halt einfach mal mit drei Jungs mit dem Neoprenanzug. Gut, hatte ich auch noch nicht. Die drei charmanten Franzosen lassen Nina doch fast vergessen, dass es gleich richtig ernst wird. Diesen Wasserfall hinter mir werde ich gleich unterrutschen auf meinem Popo. Hallo? So was geht doch nicht, oder? Oh, das muss es auch, denn das ist der einzige Weg durch den Canyon. Ach, so ne... ...Fälle, die Nina runterrutschen muss. ...Takamaka Canyon kämpft. Immerhin ist das eine der schwersten Tourenwelt. Geht's jetzt eh nicht mehr, auch wenn unsere Urlaubsreporterin sich das heute sicher schon öfter gewünscht hat. Durchhalten Nina, denn, kleine Info am Rande, in diesem Canyon gibt's weder Handynetz noch könnte hier ein Rettungshelikopter landen. Tja, der Muskelkater ist vor Punkt.